hallo ihr lieben in diesem workout geht es um die arme das heißt trainieren für einige minuten ausschließlich die arme ganz wichtig wir bleiben die ganze zeit über auch immer mit unserem powerhouse mit der körper mitte dem körperzentrum verbunden das heißt acht immer darauf dass du gleichzeitig auch den bauch anspannst bauchnabel richtung wirbelsäule ziehst und die aufmerksamkeit und vor allem bei den armen ist optional könnt ihr sehr gerne gewicht dazu nehmen wie zum beispiel wasserflaschen oder kleine ankle weights und auch kleine hand weights das ist vollkommen in ordnung ich mache das ganze heute ohne gewichte ich nutze nur mein eigenes körpergewicht das funktioniert ganz genauso gut ihr benötigt für das workout eigentlich noch nicht mal eine matte das heißt ihr könnt wirklich überall machen einfach einigermaßen bequeme klamotten und dann lasst uns direkt starten kommen in einen aufrechten stand wir wollen erst mal so ein bisschen unsere arme vorbereiten muss mit dem atem verbinden stell dich hüftbreit hin arme sind rechts und links neben deinem körper und dann atme jetzt hier tief ein und bring die arme gestreckt über die seite weit nach oben und ausatmen bringen die arme wieder nach unten zweimal einatmen aber gestreckt über die seite weit nach oben bringen ausatmen wieder nach unten und noch ein letztes mal einatmen aber nach oben bringen mit ganz viel positiven energie für dieses workout auf und ausatmen lass jetzt alles was war alles was nachher kommt erstmal an den seiten ruhen konzentrier dich ganz auf dein workout dann atme ein und bring die arme auf schulterhöhe richtig schön spannung bis in die fingerspitzen und von hier machen wir kleine kreise ganz langsam achtsam nach vorne mit zehn neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei eins richtung wechseln kreisen die andere richtung schultern sind weg von den ohren noch für acht sieben sechs fünf vier drei zwei winkel deine ellenbogen an und klappt seine unterarme nach vorne und dann bringt von hier deine fingerspitzen einmal zusammen und ausatmen ellenbogen nach hinten ziehen dass die schulterblättern wie zusammen gehen wieder nach vorne kommen fingerspitzen berühren sich ausatmen nach hinten noch für acht sieben sechs fünf vier drei zwei eins bring deine unterarme wieder nach oben dass die fingerspitzen nach oben zeigen und von hier atme jetzt ein bringen die arme gestreckt nach oben dass die daumen berühren ausatmen bringen die unterarme an deinen oberkörper einatmen wieder strecken ausatmen nach unten bringen für acht sieben sechs fünf vier drei zwei eins dann bring deine unterarme wieder auf schulterhöhe atme tief ein und ausatmen ellenbogen vor dir zusammenbringen wieder öffnen zusammenbringen für acht sieben sechs schultern bleiben die ganze zeit weg von den ohren noch vier drei zwei und noch ein letztes mal bringen die arme wieder rechts und links auf schulterhöhe und dann pulsieren wir hier für zehn neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei eins bring einmal die hände in fäusten vor dem oberkörper und dann machen wir jetzt hier einige boxende bewegungen für zehn neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei eins bringen den oberkörper nach vorne strecken die arme nach hinten fingerspitzen sind gestreckt armen in seiten zeigen nach oben und von hier ellenbogen jetzt an winkeln an den oberkörper bringen und wieder strecken nach vorne bringen und wieder push nach hinten strecken für acht sieben sechs fünf vier drei zwei eins bring deine arme nach hinten handflächen zeigen nach oben und dann pulsieren wir hier für zehn neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei halten bring deine daumen zusammen und wieder öffnen zusammen bringen wieder öffnen zusammen bringen und öffnen schultern nach hinten unten noch für fünf vier drei zwei eins arm wieder öffnen und von hier macht kleine kreise erstmal in die eine richtung ganz schöne kleine kreise machen bauchnabel zieht weiterhin nach innen richtung wirbelsäule für acht sieben sechs fünf vier drei zwei eins richtung wechseln kreisen die andere richtung für acht sieben sechs fünf vier drei drei zwei zwei eins dann richtig oberkörper langsam wieder auf und strecke jetzt die arme rechts und links auf schulterhöhe aus und halte halten schön halten für 15 14 13 12 schön lächeln auch wenn es anstrengend ist schultern weg von den ohren noch für acht sieben sechs zehn letzten fünf sekunden mit mir zusammen fünf vier drei zwei eins und ausatmen bringen die arme nach unten und dann atme einbringen die arme gestreckt die seite weit nach oben und wieder nach unten noch für fünf mal ein ab und anheben nach oben und nach unten vier drei zwei und noch einmal die arme nach oben bringen hier halten finger verschränken hand innen seiten nach oben zeigen lassen und dann streck dich ja mal nach rechts und nach links greif von hier einmal mit einer linken hand dein rechtes handgelenk und beug den oberkörper zur rechten seite rüber und dann wechsel die seite greif mit einer rechten hand dein linkes handgelenk und beug dich zur rechten seite rüber und dann löst hier langsam wieder auf bringe deinen rechten arm nach links und greif ihn mit deinem linken unterarm rechte schulter zeigt nach unten nehme eine leichte dehnung wahr dann einatmen wieder öffnen seite wechseln rechte unterarm greift linken arm linke schulter bewusst leicht nach unten drücken nimm auch hier die dehnung wahr und dann langsam wieder öffnen atme nochmal tief ein bring die arme gestreckt mit der seite weit nach oben und ausatmen gib die hände vor deinem herzen zusammen vielen vielen dank dass du bei diesem achtminütigen arm workout dabei warst ich hoffe sehr dass deine arme jetzt leicht brennen aber dass du dich richtig richtig gut fühlst hinterlass mir sehr gerne einen kommentar abonniere auch meinen youtube kanal und ich freue mich wenn wir uns das nächste mal wieder sehen und ich freue mich auf dich auf den nächsten Mal